Hallo, da bin ich wieder. Ich habe euch vermisst, das Wochenende war lang und wir möchten jetzt alle wieder was zusammen machen. Ich hatte euch ja gesagt, wir brauchen heute einen Luftballon. Den brauchen wir aber erstmal her. Wir machen uns erstmal ein bisschen warm. Und fangen wir mit ganz normalen Schritten. Beine halten. Und hinten. Boxen runter. Schön weg. Macht eine Faust. Beine. 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 Und. Schön. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Hoch. Hoch. Schön die Faust. Bisschen mehr Spannung in die Arme. Spannung. Und wir freuen uns, dass wir einfach wieder was zusammen tun können. Denkt dran. Glückliche Kalorien. und wir freuen uns, dass wir wieder was zusammen tun haben. Und Knie. Hoch. 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 Zieh den Elbogen wieder aus. Aus und hoch. 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 Ja. Schön bewegen. Hoch. Hoch. Lass die Füße nachschieben. Wir schieben uns nur noch. Spannend. Und zieh. Zieh. Lächeln. Lächeln. Lächeln mit der Sonne um die Wette. Draußen scheint die Sonne ab, wenn es sehr kalt ist. Bleiben. Tiefer in den schönen Kumpel. Und runter. Schön tief. Schön tief runter. Ich hoffe, ihr seid alle schön gesund. Und wir bleiben hier. Bauch fest. Und wir setzen den Po. Den Po nach hinten. Nicht nach vorne. Nach hinten. Und tief. Und tief. Und hier. Bleiben. Locker. Schön locker machen. Bleiben stehen. Schön den Bauch festmachen. Bauch fest. Schickt den Kuhn mal leichter. Nicht nach vorne. schön hier bleiben, wo hingehören, Arme hoch und wir ziehen uns leicht zurück, Seite öffnen, den unteren Arm mitziehen, Halt, Halt, gehen langsam runter, runter, zur anderen Seite, schön die Seite reinziehen, und ein Schritt weiter und rüberziehen, und rüberziehen, schön die Seite reinziehen, justen, Gloや weg, bis hier nicht wiederholen, sind nicht wiederholend, uns nicht mehr, Arme langen und zieh dich nach unten und rüber und umkommen langsam beim überkreuzen. Schön überkreuzen stehen, Bauch fest, Bauch fest und das Ganze noch hoch und wir ziehen. Ziehen die Seite schön lang, wir ziehen. Und überkreuzen. Andere Seite, überkreuzen und gehen das Knie, wenn wir hier vorne das Knie auf den Knie legen. Und hoch. Und hoch. Bauch fest, wir kneten den rechten Winkel ab, schön nach unten, Arme hoch, Kopf runter. Und ziehen. Hoch. Hoch. Und hoch. Schön tief gehen. Zieh den Rücken lang, schön gerade lang ziehen. Hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Schön lang ziehen. Und lang. Hoch. Schön lang ziehen. Absetzen, Ellbogen absetzen, Bein richten, Seite lang ziehen, schön lang ziehen. Und ziehen. Zieh die Seite schön lang. Und wir lächeln wieder so an die Wette, ich auch. Und locker. Ihr nehmt jetzt unseren Luftballon, den Luftballon immer schön drücken. Es ist Spannung drin in den Luftballon. Und drücken. Drücken die Schultern nach hinten. Bauch fest. Kuh nach hinten. Und drücken. Und drücken. Schön die Schultern nach hinten drücken. Und drücken. Und drücken. Und mit dem Fingerspitzen nach hinten. Bein drücken. Luftballon drücken. Und hoch. Lang ziehen. Und hoch. 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 Und nach vorne abknühen. Hoch. Hoch. Und hoch. Und vor. Wir bleiben. Drehen uns. So weit wie ihr kommt. So. So weit wie ihr wollt. Und hoch. Und hoch. Bauch fest, Bein zusammen und hier drücken, schön drücken und wir gehen raus und hoch. Andere Seite, und hoch, tief, und hoch, und tief, und Bauch fest und schön nach hinten den Popo, hoch, schön den Popo nach hinten. Wir setzen uns auf einen ganz kleinen Hopper, hoch, tief, hoch, tief, hoch, und locker, schön locker machen. Wir gehen auf die Matte runter, schon wie ihr seid alle warm geworden, geht auf die Matte runter, Brust raus, Spannung in den Bauch, zieht schön den Bauch, ran, Spannung, Brust raus, Schulter und Wetter zusammen, Kopf hoch, und wir lassen den Kopf auch nicht sein, ganz drüber, schön gerade. Zieh, zurück, zieh, zurück, Brust raus, Brust raus, zieh, und geht schön nach hinten, Brust, Brust, hoch, 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 schön. Zieh, 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 und noch rechts, rüber, 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 zieh, zieh, weiter, komm, zieh durch, nicht aufhören, nicht aufhören, weiter, zieh, andere Seite, andere Seite, komm, schön hoch, zieh, hoch, hoch, und die Schulterblätter zusammen, hoch, 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 weiter, 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 und zieh, und zieh, und die Arme rein, Beine drücken, Brust raus, Brust raus. Und aus, locker, und aus, locker, legt euch auf die Rücken, Arme rein, Fuß spitz in die Mitte, schiebt eure Rücken schön runter, und dann kann man keine Rücken ohne Kreuz, und weiter, zieh, zieh, hoch, 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 und die Beine rein, und vorbei, everyone, weiter, schön ziehen, Zieh, 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 und ich sehe euch, und hoch, 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 hoch Gehen auf die Seite, geht schön auf die Seite, Arm anspannen, anwickeln, spannt mit ihr Bein, könnt ihr euch die Beine anwickeln lassen, wenn ihr es so leicht ist, ihr könnt auch hier so machen, durchdrücken, wir bleiben angespannt, schön die Beine draufdrücken und hoch und hoch. Nehmt das so leicht ist, ein Bein lang, hoch, 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 schön hoch das Becken, schön hoch das Becken. Und das Rechen wird immer schwerer, außen, andere Seite, Beine anwickeln, schön hier abstützen, Bauch fest und hoch schieben. Hoch, hoch schieben, hoch schieben und weiter, hoch und hoch, hoch, weiter, schön durchhalten, 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 weiter, drücken. Noch ein, und noch ein, ich schwitze ab, also zieht euch weiter, drücken, 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 Beine hoch und zieht hoch und hoch. Vorher, bis zum nächsten Mal. Wo? Oh, Hand aus. Warte mal. Jetzt habt ihr diesen Ball. Nehmen wir mal zwischen die Füße. Schön hier die Beide rücken. Und tief. Ja? Geht nur so tief, dass ihr nicht abheben, den Rücken. Der Rücken bleibt schön liegen. Wir gehen jetzt tief. Zu den Händen. Lang. Zu den Füßen. Lang. Zu den Händen. Lang. Zu den Füßen. Lang. Und hoch. Und lang. Und hoch. Und lang. Und hoch. Und lang. Und abziehen. Und weiter. Drei Schöpfung. Noch dreimal. Los. Noch dreimal. Und der Lipps. Juhu. Oh. Und wir lächeln immer noch. Alle machen heute mit. Keiner hört auf. Auch Becky, Kami. Sabine. Alle schön durchziehen. Komm hoch. Komm hoch. Und wieder richtig anziehen. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Komm schön ziehen. Ziehen. Und ziehen. Und ziehen. Und weiter. Und weiter. Und runter. Arme und Atten. Großen Kreis nach rechts. Rechts. Ich drehe mich wieder so, dass ihr meine Kreis seht. Und. Andere. Und wieder so. Und wieder so. Und wieder so. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Stellen zieht. Bauchübungen sind jetzt durch. Aber ich glaube, wir sitzen alle ein bisschen viel rum. Und bewegen uns zu wenig im Moment. Deshalb noch ein bisschen Beweglichkeitstraining für den Rücken. Gehen nach vorn. Schöne Beide drücken. In die Knie. Bauch fest. Und wieder hoch. Schön langsam. Lang ausholen. Schön lang ziehen. Schön lang. Alles gut. Schön ziehen. Sieben. Bleiben hier. Machen wir jetzt die Acht. Lang. Und lang. Und lang. Chart. Und lang. Ich musste auch erstmal die Richtung finden, tut mir leid. Und die Sonne scheint immer noch, auch wenn es dunkelkalt ist, der Sommer kommt. Wir sind bald alle wieder zusammen hier im Studio und ich quäle euch mit Koffern. Und locker lassen, schön locker lassen. Legt den Bein hier drauf und legt den Luftballon, was ihr zu Hause habt. Und zieht den Arm. Schön locker lassen. Und hoch. Und hier. Und hier. Und andere Seite. Und zieh. Und zieh. Hoch. Und zieh. Hoch. Und zieh. Weiter. Wirken. Wirken. Wir sind hier. Schön bauchfest. Bein drücken. Und weg. Und rein. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Andere Seite. Und weg. Und weg. Und weg. Aus und rein. Und noch einmal. Und weiter. Und locker. 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 Eine Übung noch. Eine Übung. Und dann fangen wir einfach zu dehnen, damit ihr nicht so verspannt nach Hause kommt. Oder ihr euch auch so versetzt. Entschuldigung. Und tief. Moment. Und tief. Und tief. Schön tief. Wir setzen uns auf ein ganz klein locker. Der Oberkörper bleibt oben. Bein gefällt. Nicht hier vorne rein. Schön hoch. Und tief. Auf und tief. We�. Weare. T Wassalamusik. Tue. Tue. Weihnachten. Und aus. Locker. Unseren Ausfallschritt haben wir schon mal gemacht. Können wir den anderen schön knacken und den Hupen behalten. Also, wir gehen mit dem Fuß nach hinten. Und schön tief. Und hoch. Wir dürfen beide genug aufläschen. Aus. Aus. Und andere Beine. Schön mal hinten hin. Und los geht's. Tief das andere Beine. Und schon wieder bei der Rückmung. Und raus, gut locker, schön locker. Wir setzen uns alle nochmal auf unsere Matte oder auf unsere Decke oder unsere Kissen, was ihr zu Hause habt. Ziehen die Füße ran, schön ran, schön die Füße ziehen und ziehen unseren Oberkörper nach vorne. Kommt hoch, Oberkörper aufrichten und die Knie auf. Schön die Knie weg, rücken, wir tief gehen. Beine lang, festhalten und wir ziehen Oberkörper. Kommt hoch, ein Bein raus, ein Bein dran und ziehen. Und die Knie weg, ein Bein raus, ein Bein raus, ein Bein raus, ein Bein raus. Und hoch. Beine lang, ein Bein verschwinden. Hier, abstützen, Hand raus und wir ziehen Oberkörper. Schön, kommt hinterher zur Hand. Bein raus, ein Bein raus. Und vor. Lande. Ein Arm abstützen und ziehen. Und ziehen. Und vor. Lande. Ein Arm abstützen und ziehen. Und ziehen. Und ziehen. Und ziehen. Und ziehen. Und ziehen. Und dann sehen wir uns erst in zwei Tagen, oder? In zwei Tagen wieder effektives Dorfbein. Und ziehen. Und ziehen. Geht das hin, was ein bisschen Gewicht hat. Eine Wasserflasche. Oder ein Milchpaket. Nehmt ein Geschirrschiff dazu. Das wir wieder ein bisschen ziehen können. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen, soliden Tag. Genießt ein bisschen die Sonne, auch wenn es kalt ist. Bleibt schön gesund. Ich vermisse euch. Ich möchte endlich wieder mit euch zusammen gehen. Kost und Sport machen. Ciao. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.